Jo Leute, wir sind wieder am Start, Tralappen, ich, Sven, Futur. Wie habt ihr am Anfang gefunden? Na endlich. Okay, hat es doch wirklich gedauert. Und wenn ihr, äh, Pflaster, normalen Stein abbaut, wäre das irgendwie zu Pflasterstein. Ja, das ist dann Cubblestone. Achso. So dumm, Alter. Ja, ich glaube auch. Ich bringe auf jeden Fall Redstone mit. Fängt langsam an, die Minecraften zu verstehen. Wenn man Stone abbaut, das Cubblestone draus wird. Ja, und das sieht dann so aus wie die, äh, die Blöcke da, so. Die Blöcke. Ganz komisch aus, ja. Sieht aus wie Blöcke. Ja, die, wenn man Pflasterstein brennt, so Stein, und dann sieht es dann zu Klötzen da weiterverarbeitet. So sieht das dann aus. Zu Klötzen, in meinen Klötzen. Ach, Leute, fuck you. Das ist wie Verarschen, Alter. Willst du mal was machen? Was? Arbeite was. Ich arbeite. Ich kann so ganz schnell bezeugen. Aber, naja. Es ist ne Drecksarbeit, Alter. Ja, willst du Diamantenfarben? Ja, gerne, tauschen wir. Ich weiß nicht, warum ich hier den Block nicht hinsetze. Ich kann nicht, ich muss hier perfekt anklicken und dann steht das senkrecht da. Was ist das für ne Scheiße? Sag ich doch, das ist alles nervig. Da wollte ich mit den Stone... Das ist aber nur, wenn du da so komisch schief die hier hinbaust, so wie ich gerade. Die hier sind nervig. Die anderen gehen. No. Okay, doch, es geht. Ja, Markus, du musst halt immer wieder einen falsch setzen davor, dann geht's irgendwie. Keine Ahnung, das ist ein Bug. Du musst immer einen falsch setzen, dann kannst du ihn wieder richtig setzen. Hallo, Gerdes-Chip. Was ich jetzt wirst du in hier fahre? Man kann wirst du in braucht, wenn man wirst du in super, gell? Na doch, jetzt brauchen wir auch massig. Firm alles in Massen. Stimmt. Nein, ich habe ja keinen Chat-Pick an. Ich komme hier gerade einfach runter. Obsidian? Brauchen wir Obsidian? Ne, mach einfach mit. Ne, das dauert mal zu lang. Mit Sicherheit dauert es nicht so lang, wie so ein Turm zu bauen. Ich habe aber auch keine Lust gerade dazu. Nur zwei Diamanten bisher. Weil ich baue seit ungefähr Anfang der letzten Folge an diesen Dingen. Ich habe gleich den ersten von vier. Ja. Enderman getötet, bevor ich überhaupt was machen konnte. Das ist auch gut. Ja. Aber immer noch den Sound, das auf Mythen des... ...weil er schon längst tot ist. Hey, das ist leer. Oh, da habe ich nichts zugeworden. Ah, okay. Stie. Das ist auch gut so, weil sonst hättest du ja noch mehr Blöcke verbraucht. Wenn du die komplett vollgebaut hättest, hättest du dich eh schon erschossen. Ich hab den anderen vollgebaut. Ah, ich habe eigentlich gedacht, ich wollte eigentlich leer lassen. Wieso ich den anderen zugebaut habe, weiß ich nicht. Muss man, glaube ich, nicht verstehen. So hoch mag es halt reichen, oder? Bis halt zur... der Spitze hier. Der rechten, also dem anderen Turm da. So hoch muss es sein. Ja. Richtig. Jetzt muss ich da eine Ebene reinbauen. Jetzt kommen dann wieder die Blöcke, die keinen Spaß machen. Nein! Ah! Ein Shetpack. Aber ich überlebe viel, den habe ich schon gemerkt. Uh. Oh, knapp. Wie voll so in den ganzen Turm durch. Was? Wie voll durch den Turm. Wie voll Terror. Überlebt. Was überlebst du? Wenn ich hier runterspringe. Komplett ohne Shitpack. Von der zweiten Ebene oder von der letzten Ebene? Von ganz oben. Wie, also vom Gras, oder was? Da, wo ich gerade stehe. Von hier bis zum Gras überlebe ich. Echt? Ja. Ist mir gerade passiert. Doch. Ist mir gerade passiert. Habe ich vergessen, dass ich den Chatpack anhatte. Ja, hier. Hast du dich irgendwie da kurz... Nein. Oh, aber nochmal soll ich es nicht machen, sonst bin ich tot. Also es zieht acht Herzen. Okay. Null. Ich glaube, ihr müsst die letzte Folge allein aufnehmen, ich muss nur jetzt dann los. Also geht ja gar nicht. Was geht gar nicht? Dass ihr die letzte Folge allein aufnehmt. Warum? Ich habe einen Server. Achso. Weil ich auch los muss. Achso. Für wie viele Diamanten brauchst du? Sechs, hast du gesagt. Zwölf hat er ja sechs. Warum zwölf? Ja, sechs brauche ich für eine MFE. Ja, einer würde mal raglichen, oder nicht? MFE halt, die hat dann wieder nicht wirklich sehr viel mehr Output. Wir können erst einmal eine MFE hinstellen, ja. MF-U. Von der MFE. MF-U brauche ich sechs. Habe ich sieben. Gut, dann könnte ich eine zu einer MF-SU machen. Für vier kann ich eine neue MFE bauen. Ja, dann nimmst du mal die sieben, die ich jetzt habe, und dann haben wir Juju Meta wieder. Ah, ist aber so groß. Gehe ich ganz nicht mehr in den Chunk Bug. Gehe ich hier hin, ja. Ah, das sind noch welche. So, jetzt habe ich elf. Den lasse ich da... elf Diamanten habe. Nein. Nein. um die Städte wo er glücker wenn es leer ist nirgendwo das hat noch 17.000 auf sich was müssen wir machen ja du musst erst einen Block abbauen damit ist irgendwas auflädt Achso, lohe. So. Ich hab meine Säge runtergeworfen. Sehr schlau. Lappig. Ich mach kurz was hältst du hiervon? Ah, vergessen. Was von hiervon? Hier oben. Witze. Nee, eigentlich ist das so scheiße. Das ist hier zu kurz. Das müsste dann zu größer sein. Ja. Was haben Sie mir durch? Ja, früher, aber wie komm ich da hin? Ach, da rum. Ach, da komm. Da komm ich doch her. Ich bin ja schon ziemlich genau bauten, glaube ich. So. So, ich hab jetzt genug Diamanten für zwei MFSUs. Ja. Fes. Us. Gedöns. 2 MFSUs? Ja. Gut, weil dann können wir theoretisch beide upgraden. Genau. Gerade noch beim letzten Strip Mining habe ich es noch gefunden. Zauber jetzt mal wieder was. Ich hab genug Level. Ich hab fast 40 Level schon wieder. Jede Menge Kupfer. Oh, mein Chatbag ist leer. Scheiße. Oh, mein Chatbag ist leer. Oh, zwei Herzen. Uh, halbiert. Dreiviertel Herz, Alter. Können wir nicht aus Kohlestab Diamanten pressen? Dann so, Markus. Ich bin grad nicht dran. Ich kann grad nicht. Sven? Wie das nicht? Nein. Sicher? Ja. War glaub ich gelesen, dass du aus Diamanten... Dann lest doch wieder die Rezepte nach. Durch das ist ein Kompressor. Diamanten! Hm. Ganz braun. Ähm, Chat. Ich weiß nicht, du musst doch irgendwo unser Kompressystem sein wieder. So kannst du das glaube ich pressen, aber... Du kann mich auch irren. Oder ich irre mich. Was muss ich denn machen mit den Diamanten, dass ich's upgraden kann? Oder willst du das machen? Äh, Google, äh, schau doch bitte in dein Ding, in dein Too Many Items, MFSU. Reicht's nur für diese Folge, Markus? Ich glaube schon. Nachgeguckt. Ich glaub, die Folge hat vor ungefähr zwölf Minuten angefangen. Ja, ich muss erst mal hier rausfinden, deshalb... 12 bis 14, sowas im Dreh. Ich muss erst mal wieder hier rausfinden, dann... Dann wirst du's die Folge nicht mehr schaffen. Nö, das nicht. Ah, da ist dein, äh... Mob-Farm. Kann ich doch... Ich würde da durchbauen. Da ist ein Teleporter in der Mob-Farm. Ja, eben. Aber dann müsste ich das Ding zerstellen. Einfach so. Ja. Er singt die Musterplastersteine. Juhu. Hooter Moved Wrongly. Das ist ne Fehlermeldung sogar. Ne Fehlermeldung? Wenn ich durch den Teleporter gehe, gibt's ne Fehlermeldung im Protokoll. Dann mache ich ja eigentlich zwei Eisenbahnen, denk's schön. Fühlt mir da so... So. Dann machen wir mit Zombies dringen. Ich möchte so... Ziemlich voll. So, jetzt habe ich alles ins Ding gemacht. Ähm... Ich hab sauviel Mossy Cobblestone im Inventar halt. Ja, ich hätte zurückgehofft. Das ist auch nicht so 5 Sekunden oder so. MFSU. Ich hab grad irgendwie so... Laptorns. Laptorns. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen, die nicht Mossy Cobblestone sind. Der Rest ist Mossy Cobblestone bei mir. What the? Angriff. Beteiligt den Tempel. Haben wir noch von den... Dann haben wir nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie man die schreibt. Also wir haben jetzt 16 Diamanten. Das reicht. Alter. Ich hoffe, ich mit Mossy Cobblestone zu begaffen. Elektronik Zirkus. Oder habe ich jetzt keine Lust dazu, dass du Bock kaufst? Das dauert zu lang. Ach ja, das muss ich dann wieder machen. Ich weiß nicht. Nachdem ich halt schon die ganzen zwei Folgen lang hier an dem Tempel rum bastel. Apropos, dass ich mir auch mal gucken, was ihr da treibt. Ich hab jetzt hier Diamanten... Der Tempel ist weniger wie davor. Du hast nur gesagt, ich soll Dings farmen. So cool aus. Mir gefällt's so. Ja, so geht's mir. Boah, ich wollte grad zuschlagen, weil ich dachte, das ist ein Zombie. Der wohl fliegt. Das wäre schon verdient gewesen. Du warst am Boden und bist gelaufen. Und es sieht aus wie ein Zombie. Das ist möglich. Dann hätte ich dich erst gerade getötet. Dann brauche ich Electric Circus. Dann brauche ich die... So, so, so. So, 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 so. So, 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 so. Dann brauche ich sechs... Sechs Stück. Wenn anfangen. Wenn willst du ein Eisenbahnhahnig? Dann we'll find Iron, we'll... Eisenbahnhahnig. Eisenhahnig. Eisenhahnig. Ja, was soll das werden? Boah, Alter, du kannst nichts machen, wenn kein Strom auf dem System hast. Boah, Alter, du kannst nichts machen, wenn kein Strom auf dem System hast. 1 Maschinenblock, Carbonplatten, 1 Alloy, ich kriege mit 1 Alloy hin, Mixed Metall, dann haben wir das hoffentlich noch im System, oh ja, 1 Alloy haben wir, gut, und man kann WeFindIvan. Dann hörst du einfach mal einen Barren, ne? Zombie. Äh, spinne. Ah ja, was los hat. Ich glaub, Markus, du darfst jetzt. Was darf ich? Aufhören? Der Folge beenden. Ich darf nicht, ne? Ich werde es tun. Ich möchte jetzt nach Hause gehen und erst mal pennen. Gehen wir mal pennen, aber ne, wir sind ja nicht. 3, 3, 4, 5, 6. Ah. Was ist das, was ich hier treibe? Napuzlazuli und... Zombie! ...Diamanten. Zombie! Was? Was hast du gesagt? Ich sterbe gleich. Soviel hab ich gar nicht, hab nur 6, so. Was hast du gar nicht soviel? Von allem hab ich nicht genug. So, dann werden wir die Folge hier auf der Stelle. Ja, du kennst ja mein altbekanntes Problem so langsam. Wow, wow, hässliche gelbe Spinne. So, wer will jetzt noch was sagen? Futter, dein letztes Wort. Energy Christus. Ach, nö. Ach nö, okay. Und Sven, dein letztes Wort. Geiler Schö. Geiler Schö. Geiler Schö. Geiler Schö. Schö. Geiler Schö. Schö. Geiler Schö. Geiler Schö. Geiler Schö. Gut, dann sehen wir uns nächste Mal zu einer Folge von Microticketlight. Tschüss. Ciao. So, 6. Geiler Schö. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.